Das Schicksal des Seelenbewahrers. Nicht wundern, der wird nicht angezeigt hier auf der Karte und erwartet hier kein Gespräch oder Audioausgabe. Die Quest kam erst sehr, sehr, sehr spät dazu. Drei Wochen bis zum Release. So, nach dem Motto, wir haben nichts zu tun, dann bauen wir da noch ein paar Quests ein, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Ja, dass wir die hier fällig hampeln. Der fällt endlich um, nach drei Jahren Suche. Nix zu essen, außer Kobolde. Und wenn die weggeht, hat die plötzlich Bock, die Quest abzugeben. Jetzt, wo dein Freund tot ist, da plötzlich, jetzt auf einmal, jetzt läuft alles wie am Schnürchen.